30 ist drin also unten ja ich komme zu mir war ja auch nichts drin gewesen also die doch auf jeden fall reden ja da will ich nicht wissen was die noch oben stehen haben die kamera kamera zu schießen wenn wir eine hätten das jetzt mal gesehen oder haben mich letztes mal gesehen ob ich mal da nicht mal mit dem schaum ob ich nur schnell noch eine rakete raus damit ich auf die schießen kann wir werden die kamen die märkte gegen raketenwerfen daraus das wäre eine ziemlich starke geldverschwendung die rakete für 500 der helikopter für knapp 40.000 da dann müssen wir oder ja dann kommst du direkt auf Ali Kampos und da ist ja gleich das gebieter haben wir schon mal um und sieht man echt gar nichts mehr ich hoffe das ist die keine impfis ist aber auch müssen wir schon mal von oben gucken immer bis weiter runter das ist das unter die kleinen wundern im dorf ist eine richtige industriegebiet ding er gesagt industriegebiet ein bisschen weiter dahinter genau drauf zu sind genau drüber ja das meinst du hast dieses Baustelle ja richtig da können wir halt vieles weil sie da auch das Wort was wir nicht wollen was er bis sich das wollen wir nicht nein das brauchen wir uns nicht unbedingt wo gut wurde auf dem wurde mit sich überlegen das haben schon geschafft die die Tour und haben und dann wird auf den offenen Verhältnissen da da vor uns und nur genau wenn man hier ist es wie ein kleines Dörfchen der Baustelle ja so geht ganz ganz im Grunde und Mutter aus uns landen dann soll es ja was zu landen bis jetzt oh ja und lockt Benzin Kanister voll nehm ich gleich mal mit und tank voll okay also dann geb ich nehm ich nehm bei mir ich glaub auch im Boden was wir sind im bereich denk wir haben besser voller und hier ist noch zwei zwei leere nehm ich auch mit und ich komm mal weiter hier schon mal immer nach oben Axt und nach ob man da irgendwo voll finden kann so eine komische kleine zange die bringt auch gut geld bin einfach alles mit allgemein die ganzen bausachen geben meistens richtig viel geld oder sind nichts wert ja halt die zange die bringt glaube ich 200 wenn ich es richtig noch in erinnerung habe die habe ich auch verkauft und mass ich gehe mal kurz aufs dach und gucke allgemein mal ganz kurz was hier der erste etal also abgeschoss lang ich check jetzt erstmal ein bisschen aus ja was so allgemein übersicht von ob hier NPCs sind keine sind bringen was ob hier einfach allgemein irgendwas ist und nur wegen unserer sicherheit ja na klar das hier wirklich guck mal in der nähe ob er will eine mission oder sowas ist nicht glaubt aber nix noch näher weil wir irgendwo nicht dass da wirklich neben uns irgendwas ist was es da beschießen könnte also ein abgeschosses nix das ist ja fabrikmäßig ich weiß gar nicht ob in diesem großen geboten irgendwas ist ich habe bisher noch gar nichts gefunden eigentlich musst du weil das ist ja eine riesige baustelle ja nichts ist es ist die ganzen anderen häusern was so sehen also hier sieht es eher schlecht aus da war ja schon während der anderen kleinen baustelle da war ja während der kleinen baustelle ja so hallo oh hast dich festgepackt jetzt oder brauchst du was boah springte noch an mir vorbei ich bin mir erkelig auf das was ist unterwegs ja das mache ich mit oh oh ich meine mehr oder weniger damit pass auf ja ich bin auf die ohren gucken ob irgendwas von rechts links kommt ja die rutsche funktioniert cool dann rutsch mal so etwas zu essen mal als fabrikhäuschen hier rüber hier hast du zypti oder sowas er wird ja noch nie wirklich noch eine batterie gefunden hier ist ein großer rucksack ich habe kapazität 280 ja 320 ja da kann ich auch vieles gutes sparen da habe ich auch schon mal einen guten sniper gefunden ja mach dir nochmal von der nase zu ja mit lehrräumen hier ja alles klar ja ich glaube es ok ja alles gut ja es doch hier wegen base rate ne das die zeitung will ich nicht also unten hier ist nichts mehr kannst du mal da oben gucken nur eko oben ja ähm hier ist noch ein rucksack aber der ist noch kleiner ja ich geh hin nur noch nicht du bereit gut in die französse den rucksäcke ja 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 ich bin wie rein auch leer der nochmal aus und gucken mehr die tonik gut noch keine häuschen die kaputzen uns was gucken ja bei dir in den haus damit habe ich noch nie gefunden ich gehe mal hier runter ich gehe mal hier runter Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber ich guck mal hier schnell. Ja, aber ich guck mal hier schnell. Darum ist ein Nudejob, da könnte man mal hinfliegen. Oh, der ist ziemlich okay, der ist ziemlich weg oben. Könnten wir aber, ich weiß nicht, dass es sich lohnt. Das sind auch Gegner, deswegen. Nein, das ist nicht eigentlich. Nicht immer. Okay, bei mir war es eben mal Gegner mit. Und mir war da einfach essen. Da war ungefähr 50 Bier oder so drin. Aha. So, haben wir hier noch was? Eine leere Flasche? Nein. Nein. Ja. 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 man nicht nehmen können ja schraubenzieher eine glühbirne dafür dass wir nach tiara fliegen dann auf zum heli da steht er hier der komisch wir haben heli gefunden schnell zum heli hast du kurz dabei ist der code muss eigentlich einfach sein ja vielleicht sogar noch drin doch ist so schon auf der schlafen ja auch da hat einiges gute sachen von dem parker sind wir auf einen kopf locker und dafür kurz auf der trinkt gehabt der wollte gefunden werden ja da wollte gewonnen werden so wenn man das richtig fliegen ja beim nächsten hälfte nicht mehr wenn ich dann heute fliege ich mal auch noch eine weile weil ich noch viel respekt sammeln muss aber ich habe dann paar wochen zeit zu sammeln und wir haben ziemlich viele wochen das sind nur zwei Kilometer Naja und das wäre noch eine Lagerhalle aber dort ist genug Lagerhauswürden fliegen zu der Factory können wir auf deutsch warum auch immer ich habe das eigentlich das spiel auf deutsch schon ich habe nur also ich spiele es nur auf englisch so mein stream ist auf englisch aber meine spiele nicht ja gut das bei arma kannst du ja auch noch direkt einstellen ich habe das eigentlich nie eingestellt ich habe das bei mir alles auf englisch eingestellt zumindest hier bei arma aber da brauchst du nicht wenn du bei anderen youtuber mal guckst oder so brauchst du da nicht umstellen na ja jetzt mal wieder bei der base ja du bist gerade du bist mir zu weit du bist es war die falsche richtung ja du musst mir zu weit ich habe es nicht markiert okay auf jeden fall ist die base gut schuss also die base oder hier die das gekündet haben dann heißen gut schuss das territorium so ok kommt gar nicht auf die Achtung oh die kenne ich also ich glaube zumindest und da ist auch der Helicopter da und ja fehlt mir überhaupt keine Batterie äh wo willst du jetzt hin zu der factory da neben dem military gebiet oder was äh ich muss es schon sehen sind wir da ok 5km ich könnte inzwischen zeitlich aussteigen und den Heli betanken ja könnte ich machen ich könnte gleich mal aussteigen einen Halo Jump könnte ich jetzt machen du hast einen? einen Halo Jump den müsstest du eigentlich komplett auf sehr hoch liegen und dann könntest du den Halo Jump machen ich habe aber keinen Fallschirm also nein ne he he kannst du das mal probieren weil das mal wenn man den Helikopter kauft dass wir keine Fallschirm mit dabei sind also das ist komisch echt komisch minimal ähm in der Nähe von Krawalla ist auch noch ne ähm ähm Fabrik und Kraftwerk wäre da ja das war hier auch dort wenn man auch vorher halt für weiter in dem Heli ist man auf jeden Fall sehr wendig was ähm Ding angeht ja harte man hat das Problem ist wenn wir die ganze Gruppe muss wenn man hin will das liegt einfach nicht fertig ja hast du los auf dem Ort noch mal mit einem könnte sein da muss man mal kurz ein was was weil ich mich aber lieber erst an ja ich hab dann jetzt bin ich noch bei 40 alles gut bin auch bei 40 trinken 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 Geräusche das 4 das ist guter doch guter aus Prozent kurz vor Ort Lager hat das sehr was der Stoff und es gab und es für uns nach durchs Landwürden und die Kissen wir saufen zu landen der Klau-Stelle die Stoffe genau alles gut haben wir Schaden bekommen ich bin ausgestiegen und hab den Motor ausgemacht du hast schnell nach mir ähm ich andocker schnell esse trink was weil ich hab nicht selber den Grinder auch mal wieder rein wegen Sicherheitsgründen müsstest halt bloß mal hier den Dosen auf dem Landfly reinpacken ich glaube ich hab den irgendwo schon nicht erinnern hab ich den hier schon reingetan ich hab ihn grad nicht komisch der wird aber auch nicht verkauft ich hab ihn aber auch nicht ach schau mal ein paar Rosinen hab ich noch wie sieht es bei dir mit dem Essen aus ähm da ist noch ein Snack drin ich bring dir mal raus und Mountain Deep auch seitdem hab ich fast 100% bei trinken und 56% ungefähr bei ähm essen ok also ich geh in das große Haus dahinten erstmal vielleicht find ich noch was zu essen ja ich hab jetzt vielleicht Blutkanist auf jeden Fall mal einer ist voll einer ist leer na siehst du haben wir nochmal 20 Liter ich werd mal auf jeden Fall aber ich werd wahrscheinlich auch nicht mehr betanken losfliegen wieder das ist schon ziemlich leer ist wieder ja ja ich hab Chuntmetall gefunden hab ich auch schon ein paar gefunden so ist schon gut ja wir wollen jetzt nochmal ein Knister und ein ah ok keine Can und nochmal leeren Knister aber jetzt sollten wir auf jeden Fall Sachen finden die wir brauchen was ist ja so ein kompletter komplexe Sachen gelagert werden ja wie für das ist jetzt nämlich an ok hier ist nur eine Dose mehr nicht einen kompletten großen Lager aus nur eine Dose yes warum nicht wenn ich ehrlich gesagt so haben sie traurig ist traurig aber leider warm hier ist ein Wasserkanister das ist ja voll leer könnten wir auch mal bei uns irgendwo aufstellen zuhause oder zu wissen es nicht nehmen ja dann gucken dass man irgendwie Regenwasser sammeln die kann man eh nicht verkaufen das haben wir hier rumliegen auch eine richtige Granate die nehme ich mit ich würde sagen wenn wir hier keine finden machen wir noch irgendeine Mission ja bester noch mal kurz zur Base zurückfliegen wegen noch einer Waffe holen also wer ist ok aber machen ja und so also hier war nix ich gucke mal drüben in die Garage die da drüben war hier drüben ist auch nichts und nur noch ein Schraubendreher den habe ich schon naja nun kann es hier nichts sein äh keine Batterie verdammt wenn man eine braucht findet man keine und wenn man keine braucht findet man eine ja genau so riesig aber so wenig loot irgendwie woanders findest du nicht glücklich mehr das ist ja es geht über meistens genauso viel oder noch weniger da habe ich schon glücklich dass da überhaupt so viel äh das ist ja ich glaube